Ich fahre noch eine Runde mit dem Parkhausaufzug bei der Sparkasse in Essen. Hören wir nach oben auf die Etage US2 zum Ausgang. Ich schließe mir mal die Tür. Geil! Ich habe diese Tür aufgetastet und die Tür schließt sich. Baujahr 2000 mit den anderen Autos können wir eigentlich fahren, da die Sparkasse heute geschlossen hat. Gut. Gut. Gut.